Dies ist der dritte Teil zur Reihe der Zerstörung des Sozialismus, heute mit Ludwig von Mises Werk Die Gemeinwirtschaft, 1922 erschienen und 1932 erneut überarbeitet. Zum Hintergrund. Einige Jahre nach der russischen Revolution veröffentlicht Ludwig von Mises Die Gemeinwirtschaft. Dieses Buch zählt zu Mises Hauptwerken und stellt eine Generalabrechnung mit dem Sozialismus nach Marx, Engels und Lenin dar. Mises kräft hierin diverse Theorien des Marxismus an und legt in diesem Zuge mithilfe bloßer Logik dar, dass der Sozialismus undurchführbar ist. Er stützt sich hierbei lediglich auf einige Annahmen und zeigt, dass, sofern man diese nicht bestreitet, die Undurchführbarkeit des Sozialismus die zwingende logische Folge ist. Auch wenn die Marxisten zur Zeit der Veröffentlichung von Mises für seine Argumentation belächelt haben, so konnte selbst hundert Jahre nach der Veröffentlichung des Werkes nicht ein Ökonom oder Sozialist der Argumentation von Mises etwas Ernsthaftes entgegenhalten, was sich selbst Skensianer eingestehen, wie zum Beispiel Kazimierz Laski. Etliche Sozialisten sollen nach dem Lesen des Werkes auch dem Sozialismus abgeschworen haben und teilweise zu glühenden Verfechtern des Liberalismus geworden sein. Zu den berühmtesten zählen Friedrich August von Hayek und Wilhelm Röpke. Über das Werk Das Werk analysiert den Sozialismus sehr umfangreich. Mises betrachtet verschiedene sozialistische Theorien, wie den historischen Materialismus oder die Verehlendungstheorien. Auch betrachtet er facettenreich die sozialistische Gesellschaft, wie zum Beispiel deren Einfluss auf die Familie, die Kunst oder die Berufswahl. Gleichzeitig wird an vielen Stellen der Sozialismus vom Kapitalismus abgegrenzt, wie es zum Beispiel beim Eigentum der Fall ist. Das Fazit des Werkes ist, Sozialismus ist keine ernstzunehmende Alternative zum Kapitalismus. Über den Beitrag Das Werk ist so umfangreich, dass nicht alle der wichtigsten Aussagen in diesem Beitrag aufgenommen werden können. Daher wird hier ausschließlich auf die Kernargumentation zur denklogischen Widerlegung des Sozialismus eingegangen. 1. Der Besitz an Gütern Ludwig von Mises beginnt damit, den Besitz, in Klammern er spricht vom Ureigentum bzw. Eigentum als soziale Kategorie, und das Eigentum, in Klammern Eigentum als juristische Kategorie, in der heutigängigen Form voneinander zu unterscheiden, um dann im Weiteren auf die unterschiedliche Bedeutung von Besitz an Genussgütern, also Güter erster Ordnung, und von Besitz an Produktionsgütern, also Güter höherer Ordnung einzugehen. Die Bedeutung des Besitzes an Genussgütern, so Mises, entspricht der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung. Besitzer eines Genussgutes ist derjenige, der damit seine Bedürfnisse befriedigt, wodurch der Besitzer das Interesse an der Verwendung eines Genussguts hat. Produktionsgüter dienen mittelbar dem Genuss. Die Bedeutung des Besitzes an diesen liegt in der Herstellung von Genussgütern. Dadurch ist bei den Produktionsgütern der Besitzer nicht derjenige, der seine Bedürfnisse befriedigt, sondern der die Genussgüter herstellt. Das Interesse an der Verwendung von Produktionsgütern haben demnach nicht die Besitzer der Produktionsgüter, sondern die Besitzer der Genussgüter, die durch die Produktionsgüter geschaffen werden. Die Bedeutung des Besitzes an Genuss und an Produktionsgütern ist entsprechend verschieden voneinander. Teil 2 Kollektivismus gegen Individualismus Da bei den Genussgütern die Bedeutung des Besitzes eng mit der Bedürfnisbefriedigung verbunden ist, macht es nach Mises keinen Sinn, das Eigentum an Genussgütern aufzulösen. Hierin stimmt Mises mit den Sozialisten überein. Anders sieht es bei den Produktionsgütern aus. Im Individualismus können nur Gewinne erwirtschaftet werden, wenn die Bedürfnisse der Konsumenten befriedigt werden. Die Konsumenten sind daher die Auftraggeber der Produktion. Gleichzeitig sind alle Konsumenten Eigentümer von Produktionsmitteln, also Kapitalbesitzer, Grundbesitzer und Arbeiter. Sie stellen ihre Produktionsmittel in den Dienst der Produktion, um dadurch Mittel, zum Beispiel Geld, zu erhalten, die sie wiederum gegen Genussgüter eintauschen können. Das Eigentum an den Produktionsgütern dient demnach der Möglichkeit, Genussgüter erwerben zu können. Im Kollektivismus übernimmt das Kollektiv die Rolle der Konsumenten. Die Unternehmer handeln entsprechend nicht mehr im Sinne der Konsumenten, sondern im Sinne des Kollektivs. Mises betont, dass zwischen dem Interesse des Kollektivs und dem Interesse der Konsumenten notwendigerweise ein Gegensatz besteht, da sonst das Kollektiv als handelnde Instanz überflüssig wäre. Folglich ist der Kollektivismus nicht in der wirtschaftlichen Notwendigkeit, sondern in politischen Bedürfnissen des Kollektivs begründet. Teil 3 Rationales Handeln Der Eigentumsstatus der Produktionsmittel hat unweigerlich Folgen für das Wirtschaften. Mises führt zunächst im Sinne Mengers aus, dass das Wirtschaften zur Bedürfnisbefriedigung dient. Der Mensch befriedigt seine Bedürfnisse, um zu überleben, und muss dafür knappe Ressourcen wirtschaftlich einsetzen. In diesem Verhalten sieht Mises eine zutiefst rationale Handlung. Er setzt daher rationales Handeln und die Tätigkeit des Wirtschaftens gleich. Sobald der Mensch wirtschaftet, handelt er rational. Jedes rationale Handeln ist Wirtschaften. Das menschliche Handeln ist zudem immer individuell und nur das Individuum kann handeln. Somit ist auch nur das Individuum rational. Die Entscheidungen bzw. die Handlungen eines Kollektivs lassen sich demnach auch immer auf Individuen zurückführen. Mises hebt hervor, dass Handeln als das Tauschen eines Zustands gegen einen anderen zu verstehen ist, wobei der Zielzustand subjektiv als besser als der Ist-Zustand wahrgenommen wird. Das heißt, das Ziel der Handlung ist einen besseren Zustand zu erzeugen, was nicht zwangsweise gelingen muss. Teil 4 Wirtschaftsrechnung Rationales Handeln und Wirtschaften bedeutet demnach, zwischen Bedürfnissen abzuwägen. Mises folgt der Ausführung Mengers, nachdem der Mensch Werturteile bildet, mit denen er seine Bedürfnisse ordnet und den Ressourceneinsatz anhand dieser Anordnung steuert. Allerdings vermag man mit den subjektiven Werturteilen der Gebrauchswerte keine Wirtschaftsrechnung aufzustellen, da es keine Einheit gibt, in der diese Werturteile gemessen werden können. Somit gewinnt auch an dieser Stelle der Tauschwert seine Bedeutung. Mit diesem ist es möglich, Tauschrelationen aufzustellen und dadurch Rechnungen nach dem Tauschwert, also eine Wirtschaftsrechnung, durchzuführen. Die Möglichkeit zur Wirtschaftsrechnung ist somit eine Voraussetzung für das Bestehen einer Wirtschaft. Sobald Geld in einer Wirtschaft vorhanden ist, kann dieses als Recheneinheit genutzt werden. Geld ist dabei weder ein Maßstab für Preise, noch ein Maßstab für Werte, sondern Geld ist selbst ein Gut mit eigenem Tausch- und Gebrauchswert. So kann der Preis nur im Geld ausgedrückt werden. Mises zufolge eignet sich Geld, was ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel ist, als einziges Mittel für die Wirtschaftsrechnung in höheren Wirtschaftsprozessen. Teil 5. Kapitalistische und sozialistische Wirtschaftsrechnung Für Mises unterscheidet sich die kapitalistische Wirtschaftsrechnung komplett von der sozialistischen. In der kapitalistischen Wirtschaftsrechnung geht es dem Individuum darum, individuell den Wert seines Kapitals, also seiner Produktionsmittel, möglichst zu vergrößern, da dies seine Bedürfnisbefriedigung langfristig sichert. Das Individuum muss dabei den Interessen seiner Mitmenschen dienen, um seinen eigenen Kapitalwert zu vergrößern. Dies hilft dem Individuum bei Verfahrens- und Standortfragen. Durch eine Geldrechnung weiß es, was, wo, wann und wie produziert werden muss, um seinen Kapitalwert möglichst zu vergrößern. Der Sinn der kapitalistischen Wirtschaftsrechnung liegt somit in der möglichst effizienten Verwendung von wirtschaftlichen Gütern. Der sozialistischen Wirtschaft kann das Kollektiv die Verfahrens- und Standortfragen nicht sinnvoll klären. Durch die Kollektivierung der Produktionsmittel entsteht kein Tausch zwischen Produktionsmittel und ohne Tausch entstehen keine Preise für diese. Dadurch kann im Sozialismus der Preis nicht in Geld ausgedrückt werden, wodurch die Geldrechnung verunmöglicht ist. Daraus folgt, dass das Kollektiv nicht wissen kann, was, wo, wann und wie produziert werden muss, um den Kapitalwert des Kollektivs zu steigern, damit die Bedürfnisse langfristig gesichert werden. 6. Die Undurchführbarkeit des Sozialismus Das Fehlen der Wirtschaftsrechnung macht den Sozialismus undurchführbar, wie Ludwig von Mises denklogisch hergeleitet hat. Weder die Kosten des Aufwands noch der Nutzen eines möglichen Erfolgs können kalkuliert werden, sodass die sozialistische Wirtschaft blind agieren muss. Solange es neben sozialistischen Wirtschaften auch andere, eher kapitalistische Wirtschaften gibt, kann ein sozialistisches Kollektiv ihrer Kostenkalkulation mit Hilfe der Preise aus der kapitalistischen Wirtschaft durchführen, um halbwegs vernünftig wirtschaften zu können, wie Mises betont. Sobald allerdings auch diese wegfallen, ist es nicht mehr möglich, irgendeine Wirtschaftsrechnung im Sozialismus anzufertigen. Das heißt, dass die Eigenschaften einzelner Menschen vollkommen für das Gelingen oder Scheitern des Sozialismus egal sind. Sozialismus gelingt auch dann nicht, wenn die richtigen Personen das Kollektiv steuern würden. Damit ist das Scheitern des Sozialismus nicht mit einer vermeintlich schlechten menschlichen Natur zu erklären. Selbst unter den besten Umständen und mit perfekten Menschen wird Sozialismus aufgrund der fehlenden Wirtschaftsrechnung zwangsweise scheitern. Ungeachtet aller Probleme und Schwierigkeiten, welche der Sozialismus mit sich bringt, sieht Mises auch die Möglichkeit, ihn durchführbar zu gestalten. Dafür schlägt Mises vor, im sozialistischen Gemeinwesen Abteilungen zu bilden, denen die Produktion für bestimmte Geschäftszweige zugewiesen werden. Den Abteilungen wird dann ein Abteilungsleiter vorgestellt. Dieser muss die Abteilung in voller Verantwortung führen können. Das heißt, dass er für Versagen verantwortlich gemacht und eventuell ausgetauscht wird, aber bei guten Wirtschaften die Gewinne für sich behalten darf. Damit der Abteilungsleiter auch die Chance hat, Gewinne zu erwirtschaften, muss er die Entscheidung treffen dürfen, welche Werkzeuge, Güter und Arbeitskräfte er in seiner Abteilung einsetzen will und wie viel Geld er dafür ausgeben möchte. Auch muss er entscheiden können, ob seine Abteilung vergrößert, verkleinert oder umgestaltet wird. Ohne diese Entscheidungskompetenzen hätte er nur eine Scheinverwaltung für seine Abteilung. Der Abteilungsleiter muss also Eigentümer in der Produktionsmittel wären, um den Tauschhandel auch im Sozialismus zu garantieren. Mises sieht ein Gelingen des Sozialismus als möglich, wenn seine Vorschläge umgesetzt werden. 8. Konzentration von Vermögen Ludwig von Mises hat in diesem Werk noch eine ganze Reihe weiterer Theorien von Marx aufgegriffen und den Sozialismus in vielen Facetten untersucht. Zwei davon sind die Monopoltheorie und die Verelendungstheorie, die sich beide nach Marx in der Konzentration von Vermögen zeigen. Die Behauptung, dass die kapitalistische Produktionsweise die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer macht, gab es schon zu Zeiten von Marx und hält sich bis heute hartnäckig. Mises argumentiert dagegen, dass die Vergrößerung des eigenen Vermögens nur durch Bitten, Raub oder Wirtschaften erfolgen kann. Bitten und Rauben sind Methoden, die beide außerhalb von Wirtschaftsprozessen liegen und somit nicht die kapitalistische Produktionsweise betreffen. Raub ist zudem eine Verletzung der Eigentumsrechte und wird im Kapitalismus sanktioniert. So bleibt Marx-Theorien nur das Wirtschaften. Hier zeigt sich allerdings empirisch, dass das Wirtschaften zu einer allgemeinen Vermögens- und Wohlstandsmährung führt. Empirische Beweise für die Verelendung der Massen lassen sich nicht finden. Die Verelendungstheorie scheitert zudem an der Grundannahme, dass ein Tauschhandel bedeutet, dass einer gewinnt und einer verliert. Bereits Menger hat logisch bewiesen, dass jeder Tauschhandel eine Win-Win-Situation ist. Neuntens. Zusammenfassung. Mises beweist in diesem Werk denklogisch, dass Sozialismus selbst unter besten Voraussetzungen undurchführbar ist. Die Beweisführung lässt sich wie folgt zusammenfassen. Der Mensch will von seiner Natur her möglichst all seine Bedürfnisse langfristig sichergestellt haben. Handlungen, die diesem Ziel nachkommen, sind rationale Handlungen, was mit der Tätigkeit des Wirtschaftens gleichzusetzen ist. Der Mensch muss, um seine Bedürfnisse langfristig zu sichern, sein Kapital vergrößern. Dies gelingt am besten, wenn die Ressourcen möglichst effizient, das heißt gewinnsteigernd, eingesetzt werden. Damit dies möglich wird, müssen die Ressourcen und Güter frei getauscht werden können, um so bepreist zu werden. Dadurch können die Güterpreise in die Wirtschaftsrechnung der Unternehmer einfließen. Die freie Bepreisung setzt das Privateigentum an den Produktionsmitteln voraus. Das Problem des Sozialismus ist nun, dass das Privateigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft werden soll. Dadurch findet kein Tauschhandel bei Produktionsmitteln mehr statt und so entstehen keine Preise. Somit ist im Sozialismus eine Wirtschaftsrechnung nicht möglich und keine wirtschaftliche Planung kann eine Kapitalsteigerung garantieren. Die Bedürfnisse der Menschen können langfristig nicht sichergestellt werden und daher verelenden die Menschen im Sozialismus langfristig.